Willkommen! Was machst du? Sitzt da doch nicht dran rum! Ich wusste, Jane hätte eine Stücke auf ihre Arsch, aber ich dachte, dass Mike hätte mehr Sinn. Warum können wir nicht morgen gehen? Schau, wir haben vielleicht ein paar Tage für diesen Kind. Das ist es. Clem, denke ich an Rebecca und Alvin. Ich meine, was wenn Lee nicht auf die Mitte der Georgie gegangen sind? Viele Leute sterben, um das zu tun zu machen. Viele Leute sterben, um uns so weit zu kommen. Wir haben es zu ihnen, um das zu tun zu sehen. Vielleicht sollte er nicht sein. Nicht so sagen. Ich werde dich schrauben. Wisst ihr, was er für dich hat? Was ich gemacht hat? Das bedeutet etwas, verdammt! Ich wünsche Lee hier. Was denkst du, er würde sagen? Ich denke, er würde mir versuchen, um die Gruppe zusammen zu halten. Und um zu halten meine Haare zu halten. Wir können nicht nur auf diesen Kind. Ich meine, was ist das Ziel, was zu gehen? Das ist das, was die Leute wie Lee wissen. Und was die Leute wie Jane, niemals verstehen. Och, das ist echt super. Ich meine, ich weiß, dass Wellington vielleicht auch was. Aber wo es Milch gibt, es ist Das Feuer. Krista gehört über das, oder? Richtig. Das ist so ähnlich. Nein, nein? Ich fühlte mich. Ich fühlte mich. Ich fühlte mich nicht in lange Zeit. Aber ich brauche dich jetzt, Clem. Es muss sich Leute machen besser als wir. Es ist die einzige Chance, die diese Kindheit hat. Ja, aber wir können es nicht alleine machen. Wir brauchen die anderen. Und deswegen muss ich dich sein können, Clem. Wir müssen sie überzeugen. Du und ich. Schau, wir werden alles ausprobieren. Wir wissen nicht, ob da was ist. Aber eigentlich sind wir ja schon die ganze Zeit lang, entschuldigt, auf dem Weg dorthin. Vielleicht sollten wir wirklich einfach nach Überlenkten fahren. Ich meine, Tome ist ja schon seit der kompletten Staffel. Theoretisch. Irgendwie. Das ist auch wenn diese Kabel, ne? Was? Are you kidding me? So nicht, Leute. Du auch? Aber nicht mit meinem Auto. Also, Kennys Auto. Und mich lasst ihr hier zurück, oder was? Und dann solltet ihr euch das Auto überlassen. Na, das könnt ihr euch aber gehörig abschminken. Was? Ich glaube, er ist. Das war's. Das ist jetzt ja ziemlich abgefahren. Das ist ja ziemlich abgefahren. Was hast du das mit Carly gemacht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sie war schade, Clem. Das kann die Leute schrecklich sein. Ich weiß nicht, dass du das so schrecklich bist. Wie jung sie da noch ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir das richtig gemacht haben. Wie kannst du sagen? Ich weiß nicht. Ach, Leer. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was soll ich dir sagen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie kannst du es machen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach Gott, Leute. Das ist jetzt ja schon... Das ist vielleicht eine ganz coole Idee. Also ich weiß jetzt nicht mehr, was ich damals bei diesem Gespräch ausgewählt habe. Ich vermute, ich werde jetzt noch einiges vielleicht auch aus einem anderen Standpunkt gesehen haben. Müsste man fast mal nachgucken. Okay, offensichtlich sind wir zumindest im Auto mit Kenny und Jane und dem Baby. Ja. 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 Ich bin gespannt, wie bei euch passiert ist. Ich bin gespannt, wie bei euch passiert. Warum nicht du? Ich? Schau, selbst wenn es irgendwo hier ist, könnte es uns für die Tage dauern. Wir können nach Hause zurück in einem Tag zurückkommen. Ich sage dir was, wir können nur so schnell wie du diese Räume aus den Schmacken wirst. Wie ist das so? Alles klar, ich gebe es. Geh deine Füße aus dem Dach. Wir spielen ein Spiel, Clem. Ich spüge, mit meinem kleinen Augen, einen Scheiß. Oh Gott. Ich kann es echt nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Ich bin da, ich kann es nicht mehr hören. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Was für ein ... Schocker. In der Endeffektiv, immer nur um dich selbst. Und wo warst du, wenn Sarita sterbe? Huh? Where were you? I was there. I couldn't. Goddamn you, I love that woman. This is crazy. Aha, someone here is crazy, but it ain't me. You know the thing about people like you, Kenny? You're just a bomb waiting to go off. Everyone talks about you behind your back because they're afraid of you. That ain't true. Mike, Bonnie, Sarita. Fucking liar, that ain't true. Everyone around you knows that sooner or later, they're gonna end up dead. Sarita knew it. I know it. And so does Clementine. I told you not to talk about my family. Fuck you. You fucking piece of shit. What? Yeah. 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 Kenny, I'm... Wait, hold on. Go around. One of them might have diesel. We shouldn't stop here. We're running on fumes. Got no choice. When I holler, it's okay. Drive up closer. Anything happens. I'll try to meet you there. All right? If you're going, go now. Kenny. That fucking asshole. God! I can't do this anymore. I'm serious, Clem. I tried, but I just can't. Stop making him mad. Everything makes him mad. How are you not seeing that? Well, all you're doing is just making it worse. You're just like him. What? 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 What about AJ? Look, I know you're close to him, but Kenny would never let him go. This is our chance, Clem. Don't you ever want to know what it's like to live your own life? Okay. Was is it? Well, he could've saved the door. I was just fussy. It's fast enough to watch heavyaca. I haven't seen it even though it's like it. What does it mean? We're not expecting that to drive! I don't know how to drive. See that pedal on the floor? Stem off! Piimp us out of here. jaja ich bin ja schon unterwegs ach du scheiße das sind keine netten jane ach du scheiße ich höre das kind oh leute ey es nimmt kein ende wo sind die denn jetzt alle es schneit und ich bin angeschossen ich weiß nicht wo ich hin soll ich glaube jetzt einfach mal geradeaus in hoffnung dass ich jetzt nicht woanders hinlaufen soll wo ist kenny hin also ich glaube jetzt mal so ein bisschen nach gefühl also es heißt nach gefühl ich weiß gar nicht wo wir hin sollen ist ja auch nix angezeigt ich vermute jetzt auch mal mit absicht ach du heilige scheiße muss ich als dezente in zombies folgen oder ich weiß nicht ob das so clever ist die ganze land zu schießen aber ich mach das jetzt einfach mal was ist denn jetzt los